Oh, grüß, Klaus. Abgesehen von Ihrem Schnupfen, was halten Sie denn von den Terracotta-Hörernchen? Wir mögen es, wir sind hier in Halle 1, der größten Halle. Und hier sind neben uns auch weitere eine Million chinesischer Reisetouristen und Gruppen mit roten Fettchen und Mützen. Achso, ich drehe mich mit, dass die Regieanweisung entschuldigt. Sie sehen hier die bereits restaurierten Terracotta-Soldaten und hinter uns sind die noch in Arbeit befindenden, zu restaurierenden Terracotta-Soldaten. Und hier sind noch ganz viele Gruben zwischendrin, wo man sieht, dass hier also noch ganz, ganz viel Arbeit ist. Okay, noch einen kurzen Blick auf großartige Touristen mit Fähnchen und spitzenmäßigen Wastecaps. Das ist ein Hechtmastchen. Das ist ein Hechtmastchen.